Hitradio FFH. Anke ist Tanke. Anke? Aufmachen? Das gibt's doch nicht. Die streikt doch nicht etwa auch? Mit Gewerkschaften hat die doch so viel am Hut wie die FDP mit Klimaschutz, Eintracht Frankfurt mit einer Champions League Quali oder wie der Frühling mit Frühlingswetter. Äh, warum stehen Sie heute draußen? Ankes Tanke ist dicht wie Zehnecke-Hüftgold-Gruppis bei Sonnenaufgang auf der Schinkenstraße. Das ist Anke. Ich mach mal auf laut. Anke? Stefan? Ich bin auch da. Momentchen mal bitte. Stefan, heute ist ja Monsterstreik in Deutschland. Sogar der Starlight Express in Bochum bleibt heute stehen. Und in Hamburg fährt noch nicht mal die Reeperbahn. Auf dem Computer vor meinem Patenzwerg Eminem Aljoscha war heute Nacht schon um 3 Uhr Counterstreik. Jedenfalls streikt mein Auto auf. Was wir jetzt dringend brauchen müssen, Schlichter. Repariert der Autos? Um den Monsterstreik zu schlichten. Wenn du so schlau bist, dann mach du das doch. Anke, du wärst besser geeignet. Weil ich diplomatischer bin als wie du? Nee, Schlichter. Mach dann wohl 0 Euro. Ich sammle weder Verdi-Punkte, habe keine EVG-Card und bin auch nicht im Streik-Max-Club. Ende der Durchsage. Ankes Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH. Jetzt als Podcast abonnieren. Bei uns im Web und in der App.